Herzlich willkommen zu einem weiteren Neumond-Horoskop und dieses Neumond-Horoskop hat es durchaus in sich. Der Neumond findet ja diesmal im Zeichen Zwilling statt und zwar am 18. Juni und da treffen sich also Sonne und Mond im Zeichen Zwilling. Das Zeichen Zwilling ist ja Kommunikation, ist Bewegung, ist das Flirren der Sonne, ist das Flirren der Insekten in der Luft, da rührt sich vieles, da ist alles in Bewegung. Und von den Pollen bis hin zu Mücken, es geht jetzt richtig los, wir starten schon fast in den Sommer rein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir denn da so haben. Wie gesagt, Sonne und Mond treffen sich im Zwilling und die sind nicht ganz frei von gewissen Spannungsaspekten. Natürlich, Zwilling ist immer auch das Kommunikationsbedürfnis, das Mitteilungsbedürfnis, die Beweglichkeit. Also das kann natürlich sein mit Mond im Zwilling, dass man auch sagt, ich habe das Bedürfnis irgendwie über meine Gefühle auszudrücken oder darüber auch zu sprechen. Also das kann durchaus mal sein. Aber was wir eben drauf haben, ist ein Halbquadrat zur Venus. Und die Venus steht da in Konjunktion mit dem Mars im Löwen. Was bedeutet das jetzt? Venus, Mars, du kennst es, die großen männlich-weiblichen Prinzipien sind also im Löwen im Zeichen der Lebenslust, der Sexualität, des Aufbruchs. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen, genauso der Aufbruch der Natur, also wo die ganzen Samen der Natur, die Pollen der Natur zum Leidwesen vieler Allergiker gerade ganz wild herumtreiben und eben sehr, sehr prominent da sind. Ist das auch so ein Drang des Inneren nach der Ferne, nach Genuss, nach Lebensfreude. Aber dieses Halbquadrat zur Venus deutet einfach darauf hin, dass vielleicht die Wünsche etwas größer sind als das Börsel oder das Budget. Nee, das könnte man so durchaus so deuten. Die Venus ist ja auch das Prinzip vom Stier, also von der Materie. Und da kann es schon sein, dass deine Wünsche einfach größer sind als so einfach das Budget. Was auch darauf hindeutet, Jupiter ist ja in Stierzeichen gewandert und der macht auch noch ein Quadrat zur Venus hin. Also Jupiter im Stier, das ist ja so diese, ein bisschen das zur Übertreibung neigende. Und der ermahnt uns mit einem Quadrat auch ein bisschen darauf aufzupassen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Zeit kommt von Urlaubsgeld, dann würde ich dir empfehlen, teile dir das vielleicht besser ein oder hau jetzt nicht alles auf den Kopf. Also schau mal, dass du da ein bisschen schlauer bist, beziehungsweise auch wenn jetzt die Bedürfnisse größer sind als das Börsel. Also sei ein bisschen geschickter vielleicht mit den Finanzen, da merkt man einfach den Druck, dass sich vielleicht auch das Geld oder der Urlaub nicht so ausgeht, wie man sich das vorstellt. Also da gibt es ja frei nach dem Sprichwort, ich lebe zwar ständig über meine Bedürfnisse, aber immer noch nicht standesgemäß. Also das wäre eigentlich so mit diesem Jupiter Quadrat Venus und auch dann dieser Venus Halb Quadrat dazu, Sonne, Mond in Zwilling, wäre das eine Deutungsmöglichkeit. Wir haben natürlich mit Venus Mars diese kosmischen Liebhaber, die da zusammenkommen im Lustzeichen, also im Lebenslustzeichen, im Löwen. Also das ist natürlich schon eine Zeit auch, wo man, wo so gewisse Leidenschaften sich entwickeln können, wo die Säfte aufwallen können. Also das ist durchaus eine romantische Zeit auch. Das wird auch verstärkt, diese Romantik durch den Neptun, denn der Neptun macht ein Quadrat hin zu Sonne und Mond. Und Neptun ist ja der große Träumer und der steht ja in seinem Heimathaus, also im Heimatzeichen, in den Fischen. Und da kann es natürlich sein, dass dieser Neptun auch noch einmal so ein bisschen träumerischer macht, ein bisschen so in die Ferne schweifen möchte und da dann auch durchaus so der Liebestraum möglich ist. Das ist natürlich auch eine Chance, wenn du in einer Beziehung bist, dass du diese Beziehung jetzt auch noch einmal auf ein neues Level bringst. Und vielleicht auch eventuelle Spannungen, die in einer Beziehung herrschen oder vorherrschen, ein bisschen überdenkst, überarbeitest und mit deinem Partner, mit deiner Partnerin einfach einmal schaust, dass da vielleicht auch ein neuer Gleichklang entstehen kann. Es deutet natürlich auch darauf hin, also dieses Venus-Halbquadrat, das kann natürlich auch darauf hindeuten, dass man das Gefühl hat, sehr viel mit Egozentrik konfrontiert zu werden. Also mit sehr starken, lauten Menschen. Das muss nicht immer ein Streit sein, aber wo es dann immer der Punkt ist, nehme ich mich zurück oder was tue ich denn jetzt? Und da ist es auch natürlich eine gute Zeit, einfach einmal vielleicht sich auch ein bisschen zurückzunehmen, nicht in einen Streit zu gehen. So ein bisschen so Potenzial wäre da halt vorhanden. Der Merkur steht ja auch im Zwilling, also in seinem Heimatzeichen und der hat ein Quadrat zum Saturn im Fischezeichen. Und Saturn-Merkur-Quadrat, also da kann es sein, dass etwas nicht ganz so rund läuft, wie man sich es vielleicht vorstellt, nicht ganz so leicht läuft, etwas vielleicht etwas anstrengender ist. Und da komme ich auch noch einmal so ein bisschen auf die Kommunikation, auf dieses Prinzipienreiten zurück. Also da ein bisschen aufpassen jetzt so das nächste Monat, dass man sich da nicht zu sehr rein versteift. Das ist auch außerdem so mit Saturn, das kann eben auch Schäden an Maschinen sein, da kann alles, was so technisch ein bisschen ist, ein bisschen eingeschränkt werden. Da kann es ein bisschen zu Ausfällen kommen oder eben zu Pannen kommen. Also das sollte man da ein bisschen am Radar haben, wenn Saturn und Merkur da ein Quadrat bilden. Eine sehr, sehr große Geschichte. Also eine sehr, sehr große Geschichte ist natürlich auch Uranus-Mars-Quadrat. Also der Mars im Löwen hat ein Quadrat zum Uranus im Stier und Uranus im Stier ist ja der Wandler der Materie und da wird mit Mars noch einmal was befeuert. Also da kann es sein, dass da wieder irgendwelche plötzlichen Veränderungen anstehen. Das kann inflationsbedingt sein, das kann sich natürlich auf die Materie auswirken. Das kann auch sein, dass es da zu Unfällen, zu Erdbeben, zu gewissen Naturkatastrophen auch kommen kann. Also da ist durchaus so ein Druck, so ein explosives Potenzial da. Und da unbedingt auch aufpassen beim Autofahren, gute Nerven bewahren, einfach kühlen Kopf bewahren, wenn du eine Klimaanlage hast im Auto. Die gut einschalten und wirklich dich runterkühlen und nicht zu sehr ärgern lassen. Also das ist durchaus eine angespannte Situation, eine spannende Zeit, die wir da haben. Dann kommen wir noch einmal zurück zur Venus und dem Neptun. Der große Liebestraum, der große Traum von einer erfüllten Sexualität und da ist ein anderthalb Quadrat drauf. Das bedeutet Brust. Das bedeutet einfach, da ist was nicht ganz so, wie man es sich vorstellt, beziehungsweise die Träume widersprechen der Realität oder die Erwartungen entsprechen da oft nicht der Realität. Und da kann es einfach zu Enttäuschungen kommen. Also sei da einfach ein bisschen auf der Hut, steige dich nirgends zu sehr rein. Es ist auf der einen Seite eine sehr lebendige Zeit, eine sehr offene Zeit, aber auch eine Zeit, wo man, ich denke jetzt mal, eine realistische Reduktion in Kauf nehmen sollte. Das kann natürlich auch sein, dass man eben, wie gesagt, dass man mit den Kosten, mit Inflation, mit diesen ganzen Themen da belastet ist, dass man da unglücklich ist. Aber dann geht es darum, dann erinnert dich die Venus und der Mars auch im Löwen daran zu sagen, wie mache ich das Beste mit meinen Mitteln? Wie mache ich das Beste draus? Wie komme ich trotzdem in meine Lebensfreude? Wie kann ich trotzdem genießen? Und ich sage ja immer, es muss nicht immer der Strand an der Côte d'Azur sein. Es kann auch mal der Strand am See sein. Wenn ich sage, ich habe Sehnsucht nach Strand, nach See, nach Wasser, dann sei ein bisschen kreativ und genieße das auch. Denn die Venus will einfach Freude genießen. Wie kannst du Freude genießen? Und wenn es jetzt nicht für das Fünf-Sterne-Restaurant reicht, dann mach dir vielleicht daheim mal eine schöne Grillparty oder lade Freunde ein und die sollen was zu essen mitbringen. Also es ist wirklich, da ist Kreativität gefragt und die soll da auch gelebt werden, denke ich, in dieser Zeit. Kommunikation, Kreativität und lass dich nicht unterkriegen. Es ist letzten Endes eine sehr, eine Zeit, wo wahnsinnig viel Energie in der Luft ist. Also ja, Sommer, also da ist auf der einen Seite diese Hitze, auf der anderen Seite ist jeder Extrovertierte. Es geht nach raus. Aber wir haben natürlich diese Themen im Hintergrund, wir haben die Themen, wirtschaftliche Themen, wir haben diese Themen der Inflation, die spielen da mit, die können da auch wieder befeuert werden. Und das kann natürlich sein, dass das etwas auf diese Freude drückt. Aber die Freude ist trotzdem da, das Potenzial zur Freude ist da und das Potenzial zur Lebenslust ist da. Das ist ja nicht genommen worden. Und da sollte man sich vielleicht auch den Gedanken stellen oder die Frage stellen, wo kommt denn meine Lebensfreude her? Also befreie dich in solchen Zeiten wirklich von Mangelgedanken. Egal, ob es jetzt der Mangel an Liebe ist, ob es der Mangel an Geld ist, egal, ob es der Mangel an Freunden ist, denk nicht an Mangeln, denk an Möglichkeiten. Und werde lebensfroh, werde charmant, geh nach außen, bündle deine Energie. Und ich denke, das ist ein gutes Monat, um seine Energien zu bündeln, um einfach zu sagen, okay, passt, ich bin da. Ich bin mit meiner männlichen, mit meiner weiblichen Kraft, mit diesen aktiven, passiven Kräften drinnen und forme damit meine Lebenslust, meine Lebensfreude. Und so kommt man dann natürlich auch durch ein angespannteres Monat. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Alles Liebe, lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Erini. Tschüss, bis nächstes Mal.